hey leute was geht ab hier ist winnie von msgamer tv vielen dank dass ihr eingeschaltet habt und willkommen zu einem neuen projekt und zwar spielen wir serious sam the first encounter in hd gemeinsam mit dem sepp der jetzt gerade über mir steht als irgend so ein afrikanischer boxer heini und irgendwo hockt hier noch sascha rum der sich gerade versteckt als schon ein halbtoter das sieht aus als hättest du so ein gepäckträger ja guck mal war es direkt in die wüste ok dann gehen wir mal in die wüste da hinten ist doch glaub ich irgendwas oder das ist ein straßenschild jetzt bin ich hier runter gefallen egal da wo ein straßenschild ist gibt es aber zu lesen also ich finde dieses springgeräusch ziemlich bescheuert klingt so irgendwie als wäre man so also ich so witzig finde dass wenn du rennst jetzt ist voll die stauchspuren hinter dir ja echt bei mir nicht ja selber siehst du das ich musste mal beisammen machen ich glaube gegen die haben wir noch keine chance mit unserem revolver ich würde sagen wir gehen aber schon mal den rückwärtsgang also wieder zurück zum tempel und stefan äh stefan sag ich schon äh das schon musste direkt leiden ich bin da vorbei lauf sascha lauf alter wirt ja ich dachte da kommen raketen jeder versuch ich hoffe die können da nicht schreiben soll sonst haben wir ein problem achtung raketen aua 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 scheiße aua 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 au Hammergeil, ich hab ne Waffe gefunden. Oh fuck, ich komm gleich rein. Oh hoi, stepp. Maaan. Stirb du blödes Vieh. Ja man, ich hab ihn besiegt. Oh nein, da ist ja noch einer. Ja, einen hab ich da anbekommen. Aua. Jawoll, ich hab ihn zu halten. Ich will hier weg. Wo seid ihr denn jetzt? Ich bin hier unten, nach unten. Ich hab ihn zu, nach unten. Jawoll, ich hab einen dauernd. Also ich seh Sascha, aber... Was ist das alles? Ich hab schon... Ne, dauernd sind noch welche. Da stehen noch zwei Stück. Ich hab schon dual voll. Komm, ich scamp den einmal. Da kann er sich anhaben. Weil der ist so dämlich. Wow. Der ist so dämlich. Ich bin tot. Ah ok, er ist down. Und da hinten hängt irgendeiner noch an der Wand fest. Wir holen uns noch, wir holen uns noch. Jetzt war das Prinzip. Jawoll. Oh yeah. Super awesome. Jetzt wissen wir immer nur noch nicht, ob da hinten irgendwas ist. Ich hab fünf Nachrichten. Ich hab drei. Ich würd mal sagen, wir gucken mal lieber nicht noch mal nach. Das geht 100 pro Schieb. Was ist denn hier? Ist hier irgendwas? Also ich hab eben ne Waffe gefunden. Ich guck mich hier jetzt gerne noch umgucken. Ich hab auch nen Dual Colt. Also hier ist nix soweit. Noch nen Colt. Dann komm hier warte. Oh shit. Lass mal voll auf Winnie warten. Ach, 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 ach. Wo seid ihr denn? Seid ihr hochgegangen? Da bist einer auf. Wie warte ich hier mal auf Winnie? Ich geh einfach mal weiter. Einfach Colt, wo Messer, wo ein Colt. Komm mal hoch. Das ist dann gar unter. Dann kommst du. Spinnen auf dem Weg. Ja, dann komm mal ja. Oh boah, die mussten jetzt mal voll öde. Voll öde, die Fisch. Ich kann ihn hören, wie er entspricht. Ah, da seid ihr. Hallo. 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 Und weiter geht's. Wir haben grad so ein Fressen-Fisch gekillt. Ist das dein auch? Ist das dein auch? Ah, cool. Rüstung. Wow. Haben wir. Kling, 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 kling. Das macht so ein schönes Geräusch. Wow, wow, Achtung. Was denn? Du machst das Leben. Ein Leben. Ätsch. Alter. Was sind das überhaupt für Mobs? Der Typ hat ne Kettensäge als Gesicht. War mal geil. Äh, nicht ne Kettensäge, ne Kreissäge. Warte. Ich muss ja n Stück nach mir holen. Oh, Herzkiste. Nee, nicht. Aber wir können schwimmen. Ja. Du kannst nur über Wasser spielen. Uh, es ist schön warm, Sepp. Komm doch rein. Wuuuh. 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 Da ist ne richtiges Schwimm-Animation. Komm mal. Komm mal weiter. Den müssen wir hier lang? Ich denk schon oder? Ja. Ey, ich will das Flächchen haben. Ok, hier ist n Shotgun. Nie. Wo seid ihr? Oh fuck! Unter dir. hey da ist einer von deinen sascha sag dir mal der soll uns nicht angreifen ich hab 13 und da fliegen die körperteile hier ist eine rüstung gut dann wieder rein in den tempel Prozent Prozent Euro hat erster alles mal die können Auto fahren Halt die Schnauze! Kommen wir nicht weiter! Ähm, ah! Geht doch! Oh oh, sieht hier nach nem Boss weit aus! Oh! Oh! Oh, Sepp wurde zermatscht und... Oh, das war grade echt nicht fair! Sascha wurde auch zermatscht! Und dann... Ok, und jetzt? Was für das Ding? Warte mal! Kann man das Ding schieben? Ne, geht nicht! Aber man kann da dran vorbeilaufen! Sepp, kommst du? Ich komm nicht hoch! Du solltest nicht hochkommen, dass er mit dem Stein vorbeilaufen! Sepp? Komm, Seppi! Seppi! War was? Ja, komm schon! Darum schnappen wir... Dann ziehen sie hoch! Den ich noch nicht so an mir! Aber ich höre schon, dass er selbst kommt! Ah, jetzt noch mal! Was ist das? Was ist das, Mann? Das hab ich zum Hauch gerade gedacht! Oh! Was ist das? Oh! 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 floh bübel jaa tschuldigung what the fuck hinter euch alter diese hüpfenden frösche mit der shotgun zu treffen ist ziemlich schwierig ich kann elf mal raus jaa tschuldigung wow hey guck mal hier liegt sein kopf ok sein kopf moment nein hier wegen hey ich fahr auch durch wieder draußen warte ich fahr mit dem kopf über meine range waffe oh cool fahr mal her eine neue waffe wäre nicht schlecht du seid jeden jetzt genau ja da ja ich guck schon grad ein bisschen hier um ein paar sachen einsammeln Achtung wo wo was wo wie kam schon wieder ein stein runtergerollter boah übel hab ich gar nicht gesehen ja der kam in dem moment wo du äh wo was ist das denn bambock spielen wir jetzt hier toro oder wat dann wo 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 so konnte auch wieder stein runter kommen wo war doch was hab ich gesagt mal gucken ob da vielleicht noch ein stein runterkommt probier's aus ok dann lass weiter da steht man sogar schon so ein kleines bisschen grad von ramses 3 ja immer doch habt ihr die gerade schon gekillt woher und so kann wer von oben jeder kommt ein Bein runtergerollt aber eklig o Prozent Prozent und verschuldet böse Knochen ja es war mein Magen gut also nicht im ersten Flammkuchen oder sowas ja das war jetzt noch so ein passendes Argument für deinen Spruch wo seid ihr denn jetzt hin hoch ja wo hoch 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 ne warte guck mal wo bist du denn ja wenn ich das mal wüsste ja ach da wir sind hier oh geheimort geheimort gefunden wer du nö jetzt wird gerade Zepp hat ein geheimort warum komm ich jetzt hier nicht mehr hoch am Arsch Zepp du hast einen geheimort gefunden oh hammergeil ja ich komm nicht mehr hoch da kann man noch einer da müsste woanders hoch jo das ist hier drüben noch ja hier ist noch Dinnens er macht nur hier wir müssen auch wahrscheinlich vier lang einfach mal weiterlaufen oh ein Leben wow das ist nicht Sascha haha ich bin wow wow gott mieser Camper wow ich bin dieses Geländlichen mit der hat mit der Pumpe in der Hand wow was war das für ein Geräusch wow wow alter alter wer macht da Schaden keine Ahnung dieses Geräusch gefällt mir auf Gerbe gar nicht mal immer diese kreischende Frau hier wow immer diese kreischende Frau hier vom Hatschalk vom Hatschalk vom Hatschalk boah das ist so ewig her wenn ich noch gewusst habe boah wie mies ist so unnützes wissen über das Spiel genau so wie das was ich auf Facebook gepostet habe dein Sascha mhm obwohl das da eigentlich unten sitzt das war ja nur hammerfett boah ich glaube ich hab ist das ein Geheimwander oder geht es da weiter oder ist da vorne noch was nein ich hab das Gefühl dass hier gleich Monster spawn oh ja oh nein nein boah boah was das wo äh Hilfe alter was das hat ein Machine Gun boah am Arsch am Arsch Hilfe alter das Ding macht viel zu viel Schaden oh mein Gott oh mein Gott boah ich wollte den Monster Salamander aufsehen was war zum Monstermann das ist komisch riesen sich mit der Captain was er gekürt hat das sieht aus wie so ein Skorpion ich habe irgend mit einer Gretel aber hier kannst du es auch noch so ein Skorpion wie kannst du es vom Namen sehen erinnert mich an ähm da und das war ganz schön sich Mokosa oder so die Gretel da das ist noch so ein Skorpion das ist immer die Dork ich bin damit kann man präziser schießen Leute ja kommt mal ganz schnell zu mir her wo wissen du mitkommen 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 hier ich hab das gerade noch gesehen guck mal was hier oben drauf liegt boh wie geil ich würde sagen ähm hier einer springt auf den anderen drauf und durch da drüber zu hoch zu springen auf mich drauf und dann dann springen vielleicht kann man es auch von hier also guck mal wenn wir aber bestimmt irgendwie ein Trick oder irgendwie was guck mal hier wo ist der wo seid ihr hier vielleicht von hier aber ich hab schon versucht das Gegenteil auch nicht ja wenn einer auf mich drauf geht warte ich probiere das gerade mal jawoll da da muss jeder mal für jeden grad eine Brücke machen das Ding hat aber nur 8 Schuss alter das Ding hat nur 8 Schuss das Ding hat nur 8 Schuss ja man jetzt passt auf jetzt suchen wir davon diese Skorpion diesen Skorpionpenner der ist aber schon platt egal ne zerfetzt sich damit irgendwas anderes wir dürfen die nächsten Größen am Gegner aufheben Achtung oben auf dem Dach ich hätte nur schützen aua 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 wo da weil hier ist so ein hässliches Vieh nehmen wir mal den Granatenwerfer ba bum 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 Latsch das ist schon voll unfair boah hohoho alter guter übertrieben ah schade das stellenweise gar nicht übertrieben oder so hier oben ist ein Herz ich glaube das Alter von Wolf werde ich abgeschossen aua 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 what the fuck was ist das für ein Vieh ja die Kinder gibt es auch Fliegen ja das sind bestimmt die Kinder auch wenn die Wüsten jetzt da hochgekommen leute leute ach soo alles was zum hochkommen dazu gehört das ist ein komisches Pferdevieh ja hier ich glaube hier war doch das Herz geheimenergie gefunden und da sind wir ok ja wir sind hier go fuck da also das ist voll irritieren ich verstehe ja welche Viecher knorren und so dadurch habt ihr jetzt auch mehr Leben als ich äh genau so wie ich äh ja dann hier geh mal hier lang Sepp und dann da in die Ecke da ist ein Herz da geradeaus jaja genau da lang ach oh man ich will noch eins haben ey look 200 geile Sache Sascha jaa komm mal hier hin wo ich bin hier ist ein Herz da kriegst du 200 Leben dann wenn du jetzt da lang gehst Hammer awesome na 200 Leben daraus ist jetzt zu hast wow hinter euch was hinter uns da waren krass zwei Ficker oh pass auf da oben ist ein Stropion friss oh da oben ist eine Ecke Rüstung die müssen wir uns holen Leute die müssen wir uns holen das stimmt ja nur 100% Rüffi da müssen wir glaube ich alle drei aufeinander immer irgendwie äh wo kommt der denn da hoch im Land lass mal ein bisschen die Umgebung erfunden das jetzt irgendein Geheimnis oder so ne Kratte hier ist auch ne blaue Rüstung oh fuck he spawned wow wow hier ist auch ne blaue Rüstung wie geil lass da auf die Rotoristen gehen oh da hier ist noch so ne Verbandskastenzeug wow na wie kommen wir da dran also irgendwo ja ich denk mal alle drei aufeinander stapeln immer Munition von Raketenwerfer gefunden wo warst du denn jetzt hier hier bei mir Leute hab Munition von Raketenwerfer gefunden ok coole Sache aber irgendwo geht da irgendwo das sieht so aus als geht da so nen Gang hin lass das doch mal versuchen alle drei aufeinander ach guck dir den Dings an der hat sich der hat den Gang gefunden wo war der denn war das da mit diesen zwei Statuen nein hier ach so ich glaub ich bin du sagst du nicht so nen Raketenwerfer na dann hier gibt's da drüben vielleicht auch nochmal wo lang nochmal ein Geheimgang ne hier geht's da wieder runter boah hammer nice boah zahlen was sagst du weiter geht's jo wieviel hab ich das von Raketenwerfer eigentlich müsste halt gucken also dieses level machen wir auf jeden fall noch fertig dann boah es macht wow 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 boah wie ist ein klein stinker wow aber ohne scheiße ist manchmal so übel wie es so aber wie geht's denn jetzt eigentlich weiter oh nö Leute das ist die Sache geht ja hier sind erstmal ganz viele Mops also ich weiß ja nicht mal wo ihr seid oh wir sind in so ner großen Halle ja hier 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 herzlöpon bei diesen Skelettfischern kann man gut ausweichen ach märz das ist das was ist das was ist das denn oh geil doppelläufiger boah 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 die knallt rein du scheiß Nachladezeit aber die macht ordentlich mit einem Schuss niedergestreckt wo wir sie wegfliegen hau wo wir sie wegfliegen das Gesicht gezogen hat boah übel ein ein gespieler gespieler 100 pro ab 18 oder nicht muss er nützt muss auf jeden Fall muss muss ho ho boah wo ist auf jeden Fall mal eine Abwechslung also einfach mal auf kurze Distanz ist die doppelläufige echt übel einfach mal abschalten und alles abballern oh scheiß wie ein Gefohr fuck meine Rüstung ist hoch genug auf den Kopf zielen macht one hit wo ist es denn jetzt ah Hilfe boah ich kann hier grad voll die Orientierung Leute bei den Krötenfischern nehme ich lieber irgendwas was schneller schießt weil ah wo kommt die denn jetzt her Moment das machen wir mal ganz einfach hey die gehen alle auf mich ja die mögen dich oh shit oh was haben wir denn hier hab ich dich getrollt ah nö da sind wir nicht Aua auch nicht und da bei anderen Spielern sieht die Waffen noch extremer aus als bei einem selbst Tatsache und damit haben wir das level auch abgeschlossen gut leute wie es dann weitergeht erfahrt ihr in der nächsten folge vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten video und bis zum nächsten video